Am neuen Mac Pro lassen sich bis zu sechs Displays gleichzeitig betreiben. Wir haben das mit zwei Apple Thunderbolt Displays und vier 27 Zoll iMacs ausprobiert, die wir per Tastenkombinationen zum Monitoren umfunktionierten. Die Gesamtfläche betrug 7680 x 2880 Pixel – das ist mehr als zweieinhalb Mal so viel wie die Auflösung eines 4K-Monitors. Spaß macht eine solch riesige Displayleinwand zum Beispiel beim Spielen mit dem Flugsimulator X-Plane in der aktuellen Version 10. Die Animation hat aber selbst den potenten Mac Pro mit acht Prozessorkernen und zwei leistungsfähigen FirePro D700 Grafikkarten gut beschäftigt. Durch Reduzieren der Darstellungsdetails und Effekte lässt sich das Ruckeln verringern. Wer in der Systemeinstellung Mission Control von Mac OS X 10.9 die Option Monitore verwenden verschiedene Spaces abschaltet, kann jedes Programmfenster beliebig auf mehrere Displays vergrößern und sich so zum Beispiel einen riesigen Filmschnittplatz für Adobe Premiere konfigurieren. Nachteil bei einer solchen Konfiguration, die in der gezeigten Ausstattung mindestens 14.000 Euro kostet? Man muss einen gewissen Abstand halten, um alles im Blick zu haben. Doch das ist Jammern auf hohem Niveau. In der Gestalt. Musik Musik